Hallöchen meine lieben Wanderer, willkommen zurück zu Omori, mein Gamepad, mein Gamepad war aus. So, wir ziehen weiter, wir müssen hier durch. Allein mussten wir doch ein Stück der Brücke finden, die wir bauen sollten, aber... Ah, da, okay. Wo mache ich das denn? Ach ja, es gibt natürlich diese Bunnies, die wir verkloppen müssen. Ähm, pfff, äh, so. Oh Gott, doch, das ist ja so, so. Ich wollte gerade sagen, wir müssen unbedingt das Bunny hier verdienen, das ist nämlich happy. Eat happy. Bam, bam, bam. Oh, die machen schon ordentlich Schaden mittlerweile, ne? Die machen schon ordentlich Schaden, wenn wir ehrlich sind. Ich muss doch damit heilen, äh, ja. Oh. Kehl ist traurig. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Wie toll, nur auf einen hättest du auch für den anderen mal gehen können. Und tschüss. Dum, 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 dum. Wie verhält denn so ein Schießbörger? Jetzt mal ganz normal gefragt. Schießbörger, Schießbörger, da. Zwei-hundert-fünfzig. Hui, okay. Dann würde ich jetzt aber kurz mal den Skill von Hero nehmen. Um zu kochen. Kel mal zu heilen. Ah, so machen wir das. Okay, dafür brauchen wir wieder Kel. Da. Los geht's, Kel. Ups. Damit müssten wir, glaube ich, jetzt aber alle Brückenteile haben, ne? Und wir müssen nach oben noch hin, weil da gibt's auch noch eine Melone. Und ich denke, weil die Bunnies können wir platt machen. Ich meine, so schwer sind die jetzt auch nicht. Ach, guck mal, da müssen wir auch noch hin. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, komm her, ihr Bunny. Und das eine ist traurig. Okay. Bim, 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 bim. Bam, bam, bam. Zack. Zack, weg. Oh. Fühlt sich allein und weint. Oh, ho, ho, ho. Sag mal, je weniger Gegner da sind, ne? Oh, fo, steh mit's more damage, the less administered. Oh, ja. Oh, Entschuldige. Bam, 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 bam. Schick. Und das war's. Sehr schön. Wir traurig werden. Das Bunny fühlt sich alleine. So, alle werden traurig. Hahaha. Hahaha. Zuh. Puh, puh, puh. zack alter, dann haben wir so megamäßig Schaden, fast 200 Schaden durch den eigenen Übruch schau 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 So, jetzt haben wir alle rumge... Ja, guck mal hier. Die sind jetzt hier. Können wir noch auch anquatschen? Okay, wir werden das alle tun. Beste Aussage immer. Ever. Gut, dankeschön. Vor allem das Boot. Ich finde das so geil, wie Kel sich da oben festhält. Bum, bum, bum. Ich umgehe mal die Blasen. Ich weiß nicht, was die machen. Aber da das hier eindeutig Magensäure sein sollte, habe ich das Gefühl, dass die Blasen wehtun könnten. So. Dann heilen wir uns jetzt einmal. Bap, balap, bap, bap. Bum, bum, bum. Oh, einer fehlt. Einer fehlt. Wen habe ich dann vergessen? Wen habe ich denn jetzt vergessen? Ich weiß, dass ich hier unten noch einen vergessen hatte, den ich nicht mitgenommen hatte. Das ist mir allerdings noch bekannt. Aber wo war der denn jetzt? Hmm. Hmm. Wie bitte? Iiii, Snotbubble. Iiii. Ähm, das ist... schnupp was ich hier schmoller schnell weg damit die aufnahme gerade was ist jetzt los die explodiert schnatter fliegt überall ne geh mal weg keine lust auf euch mehr die sind da hochgegangen hier ist der typ nein geh weg hier ist sogar noch eine melone wieder mal die mimik melone da haben wir uns ja gleich so super in marie noch mal heilen hier noch mal richtig drauf hauen die greift ja an ich habe gedacht komische fähigkeit was hätten das hier für gegner Hey, Aubrey hat Beatdown geredet. Was sind denn das für Gegner? Die alle explodieren oder keine Ahnung. So, äh. Ich will mal gucken, was braucht denn Beatdown? Attack for three times. Das ist natürlich auch sehr schön. So. Dann fahren wir jetzt mal wieder zurück. Wir heilen uns mal ganz kurz bei Mari. Dann kommen wir jetzt endlich über die Wolke gehen. Sick. So, thank you. Mari. Danke. Speichern wir nochmal. Ich muss sagen, dieses hintereinander gehen, das ändert mich auch so ein bisschen an, äh, Lufia. Altes Super Nintendo Spiel. Oder auch Final Fantasy 8. Geht ja auch, ne? Da laufen sie ja auch hintereinander. Melone. Nein, keine Mikrof. Fake Melone, okay. Keine Fake Melone. Ja, das ist gut. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Hier rauszufahren. Rauszufahren. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Essen getroffen werden. Wir hoffen, noch viel zu essen. Nein, ich bin in die Schneiderblase. Tschau. Keine Lust. Sprout, ich rette dich. Ein Big Mojo. Dafür, dass du mich gefunden hast, werde ich dich mit großem Glück segne. Dankeschön. Ich hatte mir immer was gedacht, dass da irgendwas sein soll, wenn der ja schon so langsam runter segelt. Dass da irgendwas sein muss. Okay. Da oben ist wieder so ein Feld für Kel. Oh. Hä? Ach, muss ich dreimal die gleichen? Ähm. Huch. Jetzt ist der blau geworden. Yay. So, jetzt haben wir die gleichen. So. Ein Zwiebelring haben wir bekommen. Sehr schick. Guck mal, der Papiertyp dort. Ist das nicht der, der verbrannt ist? Bei Sweetheart zur Hochzeit. So, hier auch nochmal dreimal die gleichen. Ah, mein Fuß mal kurz. Ey. Nicht umdrehen. Sehr schön. Der dreht sich auch um. Huch. Verglitscht. Äh. Äh. Creepy. Nein. Oh, crap. Jetzt ist er verpixelt. Was? Ja, guck mal. Dann machen wir jetzt erstmal den hier noch mit. So. Ach, komm schon. Ah, Gott. So. genau so ist es wenn ich es da oben auch unscharf kriegen aber es tut mir leid die ganze zeit abgeworfen eine ganze pizza habe ich bekommen wupp 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 ich muss ganz kurz was gucken so muss ich jetzt wirklich runterfahren tatsächlich ernst wildwasserfahrt ich habe da einige vergessen muss ich euch alle jetzt sammeln hoffen mit okay gut ach nö muss ich jetzt immer die ganze zeit wieder ja eine brücke ich bin bereits da ich bin bereits da du willst mich benutzen als strittstein für deine seltsamen berühmung okay so bridge o'clock was ist denn das für ein bridge o'clock okay jetzt müssen wir wieder nach oben weil wir brauchen ja noch ein paar mehr ne aber wie komme ich denn wieder nach oben wie komme ich denn jetzt wieder hoch ach hier ach hier okay ja gut freunde ich würde aber sagen das machen wir beim nächsten mal weiter ja ihr schmeißt einfach mal einen daumen auf das video denkt daran zu abonnieren und beim nächsten mal holen wir uns dann die restlichen Humphreys und wollen wir uns auch den buchstaben wo ich immer noch nicht weiß ob das wahrscheinlich noch der ist den wir noch brauchen also bis dahin cheerio